Warum bin ich hier eigentlich? Weil ich habe eine ganz neue Maschine, das heißt CP1. Das ist so ein Stage-Piano. Und ich habe die F90XS und das ist so ein Stage-Performance-Synthesizer. Ich will einfach alle Presets mal zeigen und deswegen dauert das auch 3, 4,5 Stunden. Aber wir haben Zeit, wir haben SME genommen. Ich komme aus Holland und jetzt ist es auch ein bisschen eine holländische Kolonie geworden. Das bedeutet, we can say everything we want. In any language. Except South African. So, what you can do is you can just say everything. Because Dutch people, we say everything. We mix this filter. You know this filter like, hmm, maybe I shouldn't say that. We don't have that. You know what I mean? That's why I love this job. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020